Körper, können Sie mir was über Alice verschwinden sagen? Jetzt sofort. Wo wurde sie zuletzt gesehen? Wie stehen die Chancen, dass sie noch lebt? Wir waren auf der Keyhole-Station. Sie flog zu geheimen Koordinaten, die sie gefunden hatte. Dann brach der Kontakt ab. Sie hat recht gut. Ich kann mir vorstellen, dass sie noch am Leben ist. Richtig sauer ist, dass wir sie noch nicht gefunden haben. Der arme Eichdick. Der Transporter, den wir am Anfang gefunden haben. Ich glaube, wir sollen mal vorlaufen. Wow, 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 wow. Geschirr los. Ich glaube, wir müssen hier vorhauen, dann können wir uns hier ducken. Wie geht's ducken nochmal? Einfach dranlaufen, ne? Komm, lauf mal vor. So ein Action-Bedeckungs- Irgendwas. So was für ein Transporter hast du gemeint, Tana. Wow, was ist das Schießen da oben? Wow. Ich bin schon unterwegs, Mann. Kann auch nicht schneller. Der Zug fährt hier mit 500 km. Au, au, au. Woher, woher? Mal da unten. Komm, lauf jetzt runter. So, jetzt müssen wir davor. Oh, schneller. So, ich lasse mal zurück. Ah ne, du bist schon drin. Mir schlitz gemacht. Ich bin schon lange drin. Das ist ja ein Quick-Time-Event. Super. Äh, was? Nein, ich bin tot. Nein. Das war ein Quick-Time-Event. Ich hab's voll verflasst. Oh nein. Oh, nochmal den ganzen Scheiß. Ich weiß nicht. Da kam eh auf einmal. Oh, Scheiß. Oh, Mann. Ja, fließt euch hier. Ah ja, oben auf dem Zug kann man voll schlecht beziehen. Ja, ich hab voll schnell. So. Guck mal, du bist hinter mir jetzt eigentlich. Und jetzt, pass auf. Jetzt bist du aber einmal über mir. Wie hast du das gemacht? Ich bin halt im Gerät. Ja, du bist wieder, bist du. Jetzt, ich drück doch schon, ey, wie ein Idiot. Hab's aber geschafft. Genau. Ich muss da auch drücken, deshalb. Juhu. Geht ja da gleich ein Lichtgeschwindigkeit oder was. Babababam. Flexion. Oh. Da liegt er. Der gute Isaac. Newton. Ah, nee, halt. Das war ja mal anders. Oh, wie er fertig aussieht. Schon. Ziel hinzugefügt. Und seine Mutter. Zuck mir das. Schon gut. Sollte es nicht. Wir sind keine Freunde. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Sprengen Sie sich demnächst an. Oh. Ist Isaac schon wach? Ja. Gut, wir sind fast da. Schwingen Sie Ihre Hintern auf die Brücke. Sie haben ihn gehört. Ziel hinzugefügt. Bla, bla, bla. Spreng dich das nächste Mal an. Bild 2, dank allein. U.S.M. Oidora. Kann man hier alles? Kann man nicht mit so einem Bett rumfahren. Ein Bild. Was haben wir hier? Wiedergabe aufgezeichneter Nachricht. Hey, ich bin gerade auf Patole hier. Fass dich kurz, ja? Er hat heute Geburtstag. Oh, scheiße. Ist das das? Danke für das Besenkt, Dad. Bald kommst du heim. Bald schon. Das ist von dir, ne? Okay. Habt ihr siegt? Ich glaube, ja. Wer will Soldat spielen? Du schenkst ihm Soldaten. Johnny, du bist dein Vorbild. Dann treibe ihm diese Flausen besser aus, verstanden. Ich muss jetzt los. Liebe dich. Uh, in dieser harten, rauen Schale befindet sich ein weicher Kern. Was haben wir hier noch? Medipack. Nee, bei mir doch nicht. Habe, bitte. Nee, ich bin schnallart. Deswegen ist hier auch so eine hässliche Laute. Alter, Alter. Also wenn man mal so ein bisschen Kritik anbringen kann im Spiel, ist dann halt schon viel vermatschte Texturen zum Teil halt vorhanden. Also, ja, die Grafik ist nicht da. Ja, da hätte man noch viel, da merkt man, dass eine Konsolenportierung ist. So. Ihr scheiß Konsolen! Auch die Steuerung finde ich nicht ganz so gelungen, aber, ja. Ja, ne, wahrscheinlich, wenn ich ein Gamepad anschließe. Normalerweise springt man ja immer auf Leertaste, hier stampft man auf Leertaste. Ja gut, springen kann man gar nicht, ducken, kenne ich normalerweise auf Steuerung, müsste man umstellen wahrscheinlich. Zack. Und dafür können wir also geile Rollen machen. Ja. Uh. Nach hinten. Yay! So, was haben wir hier? Ich kann erstmal duschen. Ich dusche. Vor 13 Tagen haben Agent Eddie Langford und ihr Team einen minden Vorstoß auf einen unbekannten Planeten gewagt, der ihrer Meinung nach das Geheimnis birgt, wie man diese Makereite in ihn stoppen kann. Aber wir verloren den Kontakt. Unsere oberste Priorität ist jetzt, Agent Langford und ihr Team zu finden und zu sichern. Yeah, dann finden wir die halt mal. Ja. Der Medi fängt schon wieder mit. So habe ich ins Gefühl, dass auf dem Raumschiff jetzt hier gleich wieder die Seuche ausbricht, wie immer, wenn man sich hier irgendwo auf dem Raumschiff befindet in dem Spiel. Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich, weil es in dem Spiel nur darum geht, irgendwelche Freaks abzuknallen. Was haben wir hier? Warten. Kommen wir da rein? Müssen wir da rein? Ja, müssen wir da rein. So aus. Ich lasch die Brücke. Oh, ich glaube, das ist der Eisplanet vom Prolog, oder? Oh, ich glaube, das ist der Eisplanet vom Prolog, oder? Oh, ich sehe es! Wow. Mensch. Sieht gut aus hier. Himmel, das ist der reinste Schrottplatz. Wo leeren Friedhof? Irgendeine Spur von Ellys Schiff? Ich empfange diverse Transponder. Keiner davon ist von uns. Laut Registrierung sind das Kriegsschiffe der souveränen Kolonien. Ernsthaft? Die müssen über 200 Jahre alt sein. Moment, da kommt noch mehr. Es ist ein SOS und es kommt von dem Schiff direkt voraus. Der CMS Rono. Könnte Ellie sein. Hoffen wir es. Okay, Rose, bis 500 Kilometer. Alles, Sir. Diese Lichter. Sind das warm? Moment. Nein. Minus! Oh, Mann. Verfolgungsminen? Wow. Meine Fresse, ey. Ja, klar. Jetzt geht ja das Ding noch auf. Jetzt muss man sich irgendwo gleich festhalten. Ja, schon mal hier raus, ey. Es ist ja keine Luft mehr. Ja, dann gehe ich mal hier runter. Ja, ich brauche einen E-Way-Anzug. Hat er mich gehört? Wow. Oh. Ich habe alle so eine Kontrolle. Sieht nur so schlecht aus. Fuck, 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 fuck Ja, jetzt bin ich de- de Gott Oder auch nicht Oder ich bin tot Ja, das ist dann doch eher uncharted-like Nein, der Helm! Und er springt einfach hinterher Boah, zack Oh, da ist was Egal Hä, wo muss ich hin? Toll, ich hab nur noch 217 Sekunden Luft Ich weiß nicht, wo ich hin muss Da hoch? Hä? Ah? Hier hoch um rein, oder was? Nee, ich hab keine Ahnung Aber das ist jetzt kaputt schießen hier, ne? Das geile finde ich hier Das ist ja, dass man die Musik gar nicht hört, die Explosion und so Das ist ja vakuumierisch Ja Und da muss man Ja, wir müssen glaube ich die Stase verwenden, oder? Ach so, das könnte nichts sein Ja, hier, zack Und das hier hoch Zack Und jetzt müssen wir da wahrscheinlich hin Das hat uns beide erwischt Ja, man muss jetzt hier ausweichen deswegen Uh! Und ich kanns nicht verlangsamen! Steuern Sie in meine Richtung! Ich kann sie fast erreichen! voll die Minen hier unterwegs du bist dort gut du bist bei mir hieß es gerade ein Partner ist gestorben ja 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 klar das würde ich jetzt auch sagen ich kann es nicht verlangsamen ich kann sie fast erreichen es gibt jetzt einfach ganz viel Schiff jetzt war es ich aber nicht ne ne war es auf jeden Fall du ich habe noch gelebt ich auch ich kann es nicht verlangsamen steuern sie in meine Richtung ich kann sie fast erreichen Minen Minen scheiße ah ich sehe nichts hier ist irgendwie was nein ich glaube wir müssen sie kaputt schießen wo sind sie halten sie durch ich glaube die Minen müssen wir kaputt schießen ja das konnte man gar nicht überleben oh mein oh je ich glaube das ist ein Teil in dem wir noch eine Weine hängen ich kann es nicht verlangsamen steuern sie in meine Richtung ich kann sie fast erreichen oh ja die Mine hat mich weggespringt als ich drauf geschossen habe ich glaube den Part machen wir jetzt mal nicht im Coop weil die Chance dass einer schafft ist wahrscheinlich höher wie dass beide mal in einem Blüchner schafft ich kann sie fast erreichen weisch die Dramatik die geht hier voll flöten weil mir einfach die ganze Zeit verkackt ja das ist halt auch nicht ganz so einfach muss ich sagen ja ich kann jetzt grad halt drüber von Partikeleffekten grad nicht so wirklich unterscheiden ich bin nur unterwegs chill doch mal chill doch mal deine Basis wow wo will denn das Ding hin das dreht sich so oh ja wow 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 ja klasse ich glaube eine Mine ist explodiert oh man oh scheiß Dreckens ja tsch das ist ein Teil hey ich kann's nicht verlangsamen steuern sie in meine Richtung ich weiß nicht sind wir da nur so schlecht oder nur Minen ich kapier's nicht ich schieß die ganze Zeit aber irgendwie irgendwie geht immer einer einer verkackt's einfach ok ich kann's nicht verlangsamen steuern sie in meine Richtung ich kann sie fast erreichen wow Minen oh jetzt war ich ja sorry ok wenn ihr das nicht weiter sehen wollt dann müsst ihr das halt im Video überspringen ne das wollen die sehen man schaut uns doch gern beim fehlen zu ach man ey scheiß Minen was wow da kommt wieder einer Eisen wo sind sie ich komme halten sie durch aber wie viel Mine jetzt aber komm jetzt schaffen wir's jetzt schaffen wir's ich hab's ich hab's ich hab's ich hab's im Gefühl hey vorsicht vorsicht ich kann nicht drum rum steuern dann brechen sie eben durch oh nein oh nein oh nein fuck 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 ich hab's ich hab's bringen sie's unter Kontrolle ich bin auf vollem Schub es wird langsamer es wird langsamer okay okay das war's Himmel das machen wir lieber nicht nochmal ne das machen wir echt nicht nochmal ja glauben sie es ist Luft an Bord aber ich sag zuerst kommt irgendwo von hin ich hoff's also ich hab's